Vielleicht unterrichtet jemand die Kanzlerin, dass es jetzt losgeht. Hören Sie doch mal zu. Es gibt mir ein Gefühl der Sicherheit, das ist ein bisschen wie die FFP2-Maske. Ja, ja, nee, nee, mach mal ruhig, ist ja gut. Fühlt sich da jemals angesprochen? Ein Sessel Buntes, der Podcast der Neulandrebellen. Damit bin ich am Ende. Willkommen bei den Neulandrebellen, willkommen bei Ein Sessel Buntes. Mein Name ist Tom J. Wellbrock und ich begrüße meinen über alles geschätzten Blog-Partner Roberto de la Puente. Hallo Roberto. Ja, hi Tom. Heute ist der 3. November und du weißt, was das für ein Tag ist? Ja, selbstverständlich. Ich bitte dich. Also das wird ja wohl jeder wissen da draußen auch. Ich denke, zumindest jeder Mensch mit Penis weiß das. Heute ist der Tag. Ich gratuliere dir recht herzlich zum Weltmännertag. Ja. Oder Männer-Welt-Tag. Welt. Also nicht Weltärztetag jedenfalls. Nein, nein, nein. Also so viel ist man sicher. Männer-Welt-Tag. Irgendwie so. Ja, danke, herzlichen Dank. Ich bin auch wirklich erfreut und ich bin auch stolz auf meine Leistung an sich. Ja. Als Mann. Ich auch. Ja, solltest du auch sein auf jeden Fall. Also es ist der Weltmännertag. Es war nicht immer einfach, sag ich dir. Nein, es war nicht leicht, es war nicht leicht, aber niemand hat gesagt, es würde einfach werden. Ja, als Kind haben sie es dir schon suggeriert und dann wurde alles ganz anders. Ich dachte als Kind auch, da steht mir die Welt offen. Es war eine, ich würde sagen, das waren Fake News. Ja, ja, es gab den Begriff damals noch nicht, aber inhaltlich kommt das hin. Ja, wahrscheinlich haben es ja alle gehört, also hoffe ich jedenfalls, wir haben ein neues Intro und da habe ich ja lange dran rumgefummelt. Das ist doch eigentlich ganz cool geworden, oder? Das ist sehr schön, ja. Ja, ja. 80er Jahre. Ja, ich bin ja, ich kann es dann ja auch nicht lassen, wenn ich so erst mal angefangen habe und jetzt habe ich insgesamt, ich glaube, vier oder fünf unterschiedliche Variationen gemacht. Also die Einsprecher sind immer gleich, aber die Musik verändert sich dann mal. Je nach Laune. Je nach Laune von Mal zu Mal hin und wieder. Also wer das neue Intro mag, kann sich schon mal darauf einstellen, da gibt es noch ein paar Variationen und die werden dann nach und nach auch benutzt. Genau, 80er Jahre. So ein bisschen Pop, Funk, Keyboard. Ja, ich bin ja Kind der 80er, du bist ja eher so Großvater der 80er, aber ich mag das. Ja. Nostalgie ist schön. Ja, ja, ja. Ja. In den 80ern, ganz kurz, in den 80ern gab es auch noch kein Corona. Das wissen die jungen Leute gar nicht, aber damals ging das noch ohne. Ja, die jungen Leute wissen ja auch häufig gar nicht, also zumindest sie, also wenn sie nicht älter als 16 sind, dann haben sie auch noch nie eine andere Kanzlerin erlebt. Also auch das ist sozusagen ein geschichtliches Dokument, das unser Intro mit beinhaltet. Also ich denke, wir haben da schon Historisches geleistet. Ja, ja. Ja. Ja, wir wollen heute, wir wollen heute sprechen über, ich nenne es mal gefallene Helden oder so ähnlich. Ich glaube, so werde ich das dann auch in der Headline schreiben. Aber lass uns mal mit gestoppter Zeit maximal fünf Minuten uns mal kurz ein bisschen auskotzen. Du hast eben im Vorgespräch schon gesagt, was sagtest du noch gleich, sie drehen alle am Rad oder irgendwie so. Ja, wahrscheinlich habe ich es härter gesagt, das wiederhole ich jetzt. Ja. Die Inzidenzwerte, so heißen die ja, die waren ja quasi abgeschafft, jetzt werden sie wieder reanimiert. Es gibt wieder eine FFP2-Maßungspflicht, zumindest in Bayern. Da gibt es dann 3G, 2G. Ach Gott, das ist alles nur noch zum Kotzen, man muss es ehrlich sagen. Ja. Das ist nur freundlich formuliert. Ja, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe mittlerweile auch kein Verständnis mehr für die Leute, die das immer noch alles für richtig halten und befürworten und der Meinung sind, dass wir hier irgendwie die Menschheit oder zumindest die Deutschen vor dem elendigen Erstickungstod retten müssen. Denn mittlerweile sind wirklich, ja faktisch eigentlich alle Unsinnigkeiten, die uns von Politik und der sogenannten eingekauften, also nicht eingekauft so genannt, sondern nur Wissenschaft so genannt, also sogenannten wissenschaftlichen Einkäufe. Na, ist egal, ich habe mich verheddert. Jedenfalls ist es alles widerlegt inzwischen. Also ich weiß gar nicht, was überhaupt noch übrig bleibt. Also es bleiben eigentlich nur noch so, wie würde Lauterbach sagen, Räuberpistolen übrig, wie zum Beispiel die unglaublich riesengroße Gefahr bei Kindern von Long-Covid und gleichzeitig aber keinerlei mittel- oder langfristigen Nebenwirkungen von Impfstoffen. Also es ist Überlastung, Inzidenzwert, PCR-Tests, also es ist alles widerlegt. Ja, aber Lauterbach, ich habe es gerade gelesen, hat auch ganz dringend nochmal mit, also angeregt, dass Kimmich nochmal ein Gespräch mit ihm führen soll, weil tatsächlich, weil Ja, ja, bringt man auch. Es gibt eine Studie, hat er heute gebracht, es gibt eine Studie, die sagt, an Corona erkrankte Fußballer, Leistungsfußballer, Hochleistungsfußballer, würden quasi in ein Leistungsloch fallen danach. Und jetzt muss er dringend mit ihm reden, weil, ist ja klar, wenn jetzt Kimmich geimpft wird, kann er ja nicht, das weißt du ja, kann er ja nicht krank werden. Nee, ja. Ist er sicher? Ja, ja. Es gibt auch keinen schweren Verlauf. Ja, ja. Ja, und sterben kann er auch nicht. Also ich sehe Kimmich irgendwie auf so einem Küchenstuhl sitzen und rechts von ihm sitzt Melanie Brinkmann, hält ihm die Hand und links sitzt Karlchen Lauterbach und erklärt ihm, dass seine Fußballkarriere im Grunde genommen gelaufen ist, schon sportlich, wenn er sich nicht impfen lässt. Ja, also mir fehlen inzwischen die Worte und die Inzidenzen. Vor ihm stehen Hoeneß, Beckenbauer und Rummenigge und sagen, du musst ein Vorbild sein. Schon klar. Ja, und Beckenbauer sagt er noch, und dich lügen. Ja, ja, natürlich. Ja, mei, ist denn heute schon Impfdruck. Ja, da kommt doch Paul 1G Breitner dazu und bringt ihm was von der Tafel mit, dass er aber nur kriegt, wenn er sich impfen lassen hat. Ansonsten wäre es weggeschmissen. Oder Paul ist es selbst. Ja, der alte Maoist, gell? Ja, ich habe heute, nee, nee, war ich nicht. Ich habe heute dann auch noch irgendwie mal wieder Alena Büx gehört. Diese freie Entscheidung, sich nicht zu impfen, die hat eben Effekte auf uns alle. Wenn das nicht den Effekt hätte, dass wieder die Krankenhäuser voll laufen, dann könnten wir alle sagen, super, wunderbar, jeder ist selbst geschützt, alles klasse und ihr schützt euch nicht, ihr nehmt dieses Risiko in Kauf, das ist Teil eures Lebensrisikos, wunderbar. Aber wir hängen da ja eben leider alle zusammen drin, das ist das Problem. Die österreichische Bioethikkommission hat gerade Kollegen, die haben ein wunderbares Papier formuliert und das hat den Titel, eine Pandemie ist keine Privatsache. Und das ist so ein bisschen ein Bourbon, aber das trifft etwas sehr gut. Und wir können, wenn wir uns bestimmte Strukturen, gesellschaftliche Strukturen erhalten wollen, wenn wir möglichst viele Menschen vor Leid und Krankheit bewahren wollen, dann können wir leider nicht einfach sagen, macht doch, was ihr wollt. Und deswegen, wenn ich das mal sagen darf, das einzige Patentrezept, der Haseloff, das gibt kein Patentrezept, ich glaube, da sind wir uns nach anderthalb Jahren Pandemie alle einig, aber das, was man jetzt machen muss, ist, dass man schrittweise schaut, dass man es so grundrechtsschonend wie möglich hinkriegt, aber dennoch genug Maßnahmen einführt. Und da muss man die sozusagen schrittweise hoch eskalieren und nicht irgendwie von der einen auf einmal zu einer ganz scharfen rüberspringen, um das Ganze so beherrschbar zu halten, dass wir eben nicht in diese Überlastungssituation kommen. Und da wird es große Unterschiede geben. Regional Saarland ist nicht Sachsen und Thüringen ist nicht Schleswig-Holstein. Aber das wird jetzt eine Gestaltungsaufgabe der Politik. Und da kann selbst die Wissenschaft, die Wissenschaft hat im Prinzip geliefert, also man weiß, was welche Maßnahmen wie bringen können. Da wird man jetzt mutig sein müssen. Ach so, spricht man die aus? Büx? Ich glaube Büx, ja. Ich wüsste jetzt, wieso, wie spricht man die sonst aus? Du, ich muss sagen, ich habe die nur immer als Buchstaben-Salat. Ich habe mir da nie Gedanken gemacht. Ich dachte immer, das ist ein komischer Name. Aber Büx? Du, das passt doch zu ihr. Ja. Die alte Büx. Die alte Büx. Ja, ja. Hier im Norden sagen wir ja auch zu jeder Hose Büx. Zieh mal die Büx aus. Ja, ja. In Bayern sagt man tatsächlich zu Frauen Büxen. Ach so. Ja, und das muss ich ja sowieso gleich korrigieren. Wir leben im woken Zeitalter. Ich habe gesagt, zieh mal die Büx aus. Das heißt natürlich, das ist nicht sexistisch, sondern das war jetzt auf die Hose im Norddeutschen gemünzt. Also zieh mal die Hose aus. Wenn ich jetzt sagen würde, zieh mal die Büx aus, also die Frau, die Büx heißt ausziehen, dann bin ich ja gleich wieder sexist. Das geht ja gar nicht irgendwie. Ja, das stimmt. Allerdings, wenn du zu einer Frau sagst, zieh mal die Büx aus, dann hast du auch wieder ein Problem. Aber lassen wir das. Ja, eben drum. Naja, gut. Wir wollten über gefallene Helden sprechen. Richtig, wir wollten über gefallene Helden sprechen. Da hast du ja auch was geschrieben dazu, zu dem Thema neulich. Ja, das hat ja unglaubliche Reaktionen erzeugt. Das stimmt, das stimmt. Ich habe es gelesen. Ich glaube, unterm Text irgendwie, keine Ahnung, über 150 Kommentare, viele Zustimmende. Ich habe gerade noch ein paar Neukommentare zugelassen. Du weißt ja, die, die neu bei uns kommentieren, die müssen ja erst reingeschalten werden. Und zwei davon waren so, einer hat gesagt, sie sprechen mir aus der Seele und noch irgendwas Lobendes an dich. Ja, es hat mich sogar jemand angerufen heute Nachmittag. Was? Und der wollte mir dann, ja, ja, der wollte mir dann irgendwie noch, ein 74-jähriger Handwerker, der mir dann auch noch eine Mail schicken wollte. Der hat irgendwie ein Projekt, ich weiß nicht genau, was es ist. Und der wollte mir das mal schicken. Und das gucke ich mir natürlich auch an. Aber auch den hat dieser Text wohl sehr angesprochen. Ja, und das ist letztlich auch der Ausgangspunkt für unser Gespräch. Denn, ja, in diesem Artikel habe ich zwar jetzt nicht das Wort gefallener Held oder sowas verwendet, aber im Kontext ist es ja schon so, dass ich, ja, zutiefst enttäuscht von, ach so, wir haben ja noch gar nicht gesprochen, worum es geht. Wir gratulieren ihm heute zum Weltmännertag. Ja, Noam Chomsky, gratulieren wir zum Weltmännertag. Auch wenn wir gar nicht wissen, wie er darauf reagiert, weil er ein regelrecht verstörendes Interview gegeben hat vor kurzem. Ja. Das muss man vielleicht kurz zusammenfassen. Wirklich ganz komprimiert für die, die es vielleicht nicht gelesen haben oder gehört haben oder gesehen haben. Er sagte im Grunde genommen, dass es jetzt für die Ungeimpften an der Zeit sei, sich aus der Gemeinschaft oder Gesellschaft zurückzuziehen. Und der Journalist hat dann nachgefragt, na ja, aber wie machen wir denn das mit der Nahrungsversorgung? Und darauf hat Chomsky dann geantwortet, ja, das sei ja nun eher deren Problem. Also das der Ungeimpften. Und das ist natürlich unfassbar. Ich konnte es gar nicht glauben, als ich das gelesen und dann auch gesehen habe und habe mir dann auch überlegt, na ja, vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht ist das Interview manipulativ geführt worden oder es ist jetzt aus dem Zusammenhang gerissen. Oder er hat es womöglich sogar zynisch gemeint. Oder was eben auch sein kann, ich glaube, der Mann ist 93, vielleicht hat er auch einfach selbst extreme Angst. vielleicht ist er auch geistig nicht mehr so ganz fit. Also das will ich ja gar nicht unterstellen. Also ich habe mir das halt alles irgendwie durch den Kopf gehen lassen. Und am Ende blieb eigentlich nur übrig, ja, wie das jetzt auch zustande gekommen sein mag. Also ein Witz war es nicht, da bin ich mir dann doch sicher inzwischen, wie das Ganze auch zustande gekommen sein mag. Es ist für mich eine Enttäuschung mehr, aber im Moment vielleicht die größte. Wir haben vorher darüber gesprochen und ich habe ja schon anklingen lassen, dass ich glaube, dass du da einen viel zu idealistischen Blick auf die Dinge hast, was Helden betrifft. Nehmen wir mal das Wort Helden. Denn sowas gibt es nicht. Was soll das sein? Menschen täuschen sich fortwährend, Menschen enttäuschen auch einen ständig, weil man mit einer gewissen Erwartungshaltung an sie herangeht. Ich meine, ich würde jetzt nicht sagen, dass Noam Chomsky für mich so ein ganz großer Held ist. Natürlich habe ich ihn wahrgenommen. Ich habe von ihm auch Sachen gelesen. Ich erinnere mich an War Against People zum Beispiel. Das Schöne bei ihm ist ja, dass es meistens relativ griffige Bücher sind, die relativ gut geschrieben sind. Auch nicht zu lang und zu trocken sind. Aber ich habe ja eine andere Heldin, über die haben wir ja schon oft geredet. Oder hatte eine, als ich jung war, aber heute weiß ich, na Helden, was soll das sein? Unsere liebe Jutta. Dittwurt. Ja, na selbstverständlich. Dasselbe in Grün. Naja, gut, nicht mehr in Grün, sie ist ja nicht mehr dort. Aber das ist dasselbe. Es gibt immer wieder, ich erinnere mich, du weißt ja, ich hatte vor den Neuland-Rebellen hatte ich ja diesen Blog Azinistran. Da hatte ich mal so eine kurze Serie von vier oder fünf Artikeln geschrieben. Das waren eigentlich Geschichtchen. Die waren, wie sage ich, nicht auf Fakten basierend. Also ich habe zum Beispiel damit gespielt, dass die Ulrike Meinhof seiner Zeit nicht gestorben ist. Also sie hat in unserer Zeit gelebt. Die ging dann in Talkshows, war dann gern gesehen, der Gast in irgendwelchen Samstagsabendspielshows und so weiter. Und ich glaube, ich weiß es gar nicht mehr, wie ich es nannte, diese Serie. Aber basierend war das darauf, dass der Langhans seinerzeit im Dschungelcamp war und der war ja eine Instanz, der 68er und jetzt stünde er im Dschungelcamp rum. Langhans war bestimmt kein Held, aber in jungen Jahren dachte ich, oh, das ist einer. Das ist ja blöd. Wollte sich das anders. Aber ich habe dann auch über Dutschke sowas gehabt und über Böll und in jeder dieser Geschichten kam es zu enttäuschen. Weil ich einfach glaube, dass es sowas wie einen Helden gibt. Ja. Ja, also wie gesagt. Ich verstehe, dass dir das wehtut. Ja. Das Problem ist auch einfach, ich glaube, das Problem, also wenn es jetzt Chomsky allein gewesen wäre, hätte ich gesagt, wirklich schade, ich habe ihn anders eingeschätzt. Ich dachte auch, ihn anders verstanden zu haben in den Jahren, die ich ihn irgendwie verfolgt habe. Denke ich eigentlich immer noch. Aber es ist ja nicht nur Chomsky gewesen. Es ist ja so, dass wir ja seit mittlerweile mehr als anderthalb Jahren ständig auf Leute treffen. Ich will die jetzt auch hier gar nicht so unbedingt mit Namen um mich hauen irgendwie, weil ich will hier nicht irgendwie irgendwelche Leute denunzieren oder rumklatschen oder so oder tratschen. Aber es sind ja schon in vielen Bereichen, ob es jetzt Kunst, Kultur ist, Kabarett zum Beispiel, ist es eben so, dass sich Leute, von denen ich dachte, okay, die tragen sozusagen den Freiheitsgedanken auf der Zunge und halten die Fahne, auf die sie ihn dann auch noch geschrieben haben, ganz hoch. Und das sind Leute mit Standing, die sich auch nicht so ohne weiteres aus der Bahn werfen lassen oder Propaganda auf den Leinen gehen oder so. Insbesondere, weil es dann eben auch häufig Leute waren, die selbst Propaganda entlarvt haben und immer wieder auch hervorgekehrt haben, mit was für korrupten, mit was für einer korrupten Politkaste es wir zu tun haben, um es jetzt mal sehr plakativ so runterzubrechen, zusammenzufassen. Und die Großteil oder vielleicht sogar die meisten dieser Leute sind alle irgendwie wie die Linkspartei, dem Impfen und den Corona-Maßnahmen und dem grenzenlosen Vertrauen in Politik und Pharmaindustrie verfallen, wo ich mir schon denke, das kann eigentlich gar nicht in der Natur des Menschen liegen, Politik und Pharma-Lobby zu vertrauen. Aber all das wird gemacht. Und selbst die kritischen Berichte, die es früher mal zu Pfizer und Johnson & Johnson und Versuchen und gefälschten Studien wurde ja früher alles berichtet, unter anderem auch vom Spiegel und Süddeutsche und wie sie alle heißen. Das ist alles tot, das ist alles weg. Und ich habe das Gefühl, dass halt gefallene Helden eigentlich ein viel zu defensiver Begriff ist. Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass die Gegenwart, die Zukunft und irgendwie sogar die Vergangenheit jetzt nochmal neu geschrieben wird, bereinigt geschrieben wird. Ja, das ist wohl wahr und es erschüttert mich genauso. Aber gleichwohl haben wir diesen Effekt ja auch andersherum. Wer hätte denn vor zwei Jahren geglaubt, dass wir zwei sagen, der Til Schweiger hat zumindest Courage. Ja. Wer hätte denn geglaubt, dass wir den Reitschuster, und das sage ich jetzt einfach mal so ganz salopp, journalistisch betrachtet, ist das so ein bisschen ein kleiner Held für mich. Ja. Was er sich traut, traut sich keiner in Deutschland. Ich bin nicht immer seiner Meinung, aber er geht hin, wo es wehtut. Ja. Ja. Also Reitschuster hat dann so in den letzten Wochen für mich im Prinzip, das kann man schon fast als Beruhigung auffassen, so ein bisschen wieder sein altes, mehr oder weniger rechtspopulistisches Gesicht gezeigt. Aber nichtsdestotrotz, wenn man es wirklich jetzt nur auf die Corona-Politik und auf die Kritik daran und auf seine Auftritte in der Bundespressekonferenz reduziert, bin ich total bei dir. Also das hätte ich auch nicht gedacht. Nein. Und man gibt es natürlich gefallene Helden auch noch ganz anders. Wir erinnern uns an Richard David Brecht, der im letzten Jahr ein Buch über den Gehorsam des Bürgers schrieb, das sei jetzt Staatsressort und so weiter. der war der Held des Bürgertums, ein gutaussehender, eloquenter, gebildeter Mann, zweifelsohne, der sich gut anzieht. Also wirklich, das ist ja eine Erscheinung, das muss man schon zugeben. Ja, er kann auch öffentlich, er tritt gut auf, klar. Super, ich habe auch schon Bücher von ihm gelesen, der Mann kann schreiben, der kann was erzählen. Ich mag ihn eigentlich, eigentlich mag ich ihn, aber ich bin nicht immer seiner Meinung. Und das Buch letztes Jahr habe ich nicht gelesen, aber auch natürlich gleich mit der weisen Voraussicht, dass das nicht das Thema ist, das ich zu dieser Stunde für geboten habe gilt. Jetzt stellt er sich doch tatsächlich hin und kritisiert gewisse Elemente der Impfkampagne. Er selbst hat wohl auch schlechte Erfahrungen mit der Impfung gemacht. Seine Kinder würde er nicht impfen. Und plötzlich, das Bürgertum, das ihn so gelobt hat und ihn so hochgehalten hat, diesen Helden des Bürgertums, plötzlich kriegt er hier Watschen von links und von rechts und wird beschimpft und Schwurbler. Der Spiegel nannte ihn Dr. Wirrkopf. Stell dir das mal vor. Auf einem Jahr waren das noch ganz andere Titel, die man ihm verliehen hat. Naja, der Text dazu hieß ja auch nicht ein Kommentar von XY, ich weiß nicht, Erichsen oder Erichs, keine Ahnung, wie der Typ hieß, der das geschrieben hat. Wir nennen keine Namen von solchen Leuten. Nee, nee, ich vergesse ja auch ganz bewusst immer. Der schrieb ja dann gleich, also nicht ein Kommentar von, sondern eine Abrechnung von. Und das ist eben auch das, so was ich meine mit, dass eben auch die Vergangenheit irgendwie neu geschrieben wird. Ja. Also ein Precht, abgesehen davon, ich persönlich kann mir gut vorstellen, dass er in zwei Wochen schon wieder ganz anders spricht. Denn eines seiner, ja, eines seiner großen Talente ist ja wirklich, das Fähnchen in den Wind zu halten. Was er natürlich jetzt in dem Moment nicht gemacht hat. Nein, da gibt es aber Schlimmere. Ja, natürlich gibt es auch Schlimmere. Aber Precht ist für mich jetzt kein verlässlicher Kopf. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich beeindruckend, du hast auch eben Till Schweiger erwähnt, Sarah Wagenknecht, die sich ja dann auch noch bei Anne Will publikumswirksam als ungeimpft geoutet hat und da in einer Runde saß, in die wäre ich wahrscheinlich gar nicht gegangen. Oder wenn ich reingegangen wäre, dann hätte ich wahrscheinlich irgendwann alles zusammengeschlagen oder so, keine Ahnung. Das ist der Grund, warum du in solchen Runden nichts setzt. Ja, wahrscheinlich, genau. Also, ich weiß gar nicht. Also, ich gucke ja nun häufiger mal Talkshows, weil ich dann ja auch was dazu mache oder schreibe oder so. Und ja, ich weiß nicht, wie oft ich schon vor dem Rechner gesessen habe und gedacht habe, wenn ich da jetzt sitzen würde, würde ich sagen, was reden Sie da eigentlich für eine Scheiße? und das kommt natürlich nicht so gut an. Aber egal, das wollte ich jetzt auch... Ach ja, du, ich weiß nicht, vielleicht käme das sogar mal gut. Ja, oder vielleicht auch das, ja. Weil die Leute das nicht mehr gewohnt sind, dass das mal einer sagt. Ja, also ich meine, wenn ich mir zum Beispiel Lauterbach versus Wagenknecht am letzten Sonntag bei Anne Will nochmal vor Augen führe, dann kann ich wirklich nur sagen, der hat in einer Tour Scheiße geredet und alle haben ihn ernst genommen, in intensive Wagenknecht, wo ich mir denke, irgendwie, das kann doch nicht sein. Das ist doch, das ist doch auch schon eine gesellschaftliche Krankheit, dass wir diesen Mann immer noch ernst nehmen. Ich meine, der wird immer noch eingeladen, dem wird nicht widersprochen, dem wird zugehört, wenn er sich irgendwelche Dinge, die er vielleicht in der Studie aus Harvard gelesen hat, dann wieder mal raushaut oder so. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob der die Studien überhaupt noch liest. Vielleicht liest er ja nur die Überschriften oder guckt sich die Bilder an oder so. Ich bin überzeugt davon. Ich bin überzeugt davon. Der hat auch nur 24 Stunden am Tag. Ja, er will das ja nachts angeblich immer machen. Ja, ja, natürlich. Aber da trinkt er dann auch Wein, weißt du. Der ist ja wahrscheinlich irgendwann vollkommen besoffen und versteht sowieso nicht mehr. Der Mann ist ja angeblich Abgeordneter. Er hat sicherlich irgendwie Familien oder irgendwas anderes. Und ich meine, der muss essen, der muss schlafen, der muss kacken. Wann will der denn die Studien noch lesen? Das geht gar nicht. Aber zur Wagenknecht muss ich nur sagen, ich hielt ja Sarah Wagenknecht immer für ein ausgezeichnetes Talent in der Politik und für die fähigste Politikerin, die dieses Land hat. Ja. Aber in den letzten Wochen ist sie sowas von verehrungswürdig für mich geworden. Ja. Also diese Ruhe, diese Kontenanz, dieser geschliffene Auftritt, die Eloquenz, die Fundiertheit, das ist unglaublich. Ich weiß auch, ich weiß nicht, wie sie das macht. Sie ist kein Mensch. Sie ist eine Helde. Sie ist viel, also da kann man vielleicht wirklich noch das Attribut Held verwenden oder Heldin. Aufgepasst, Tom. Sie hätte nichts dagegen, wenn ich Held sagen würde, bin ich mir relativ sicher. Sie ist tatsächlich speziell in dieser Corona-Krise für mich so dermaßen nochmal gewachsen und traut sich ja dann auch in diese Runden rein. Ich meine, das ist wirklich nicht jedermanns Sache. Du hast da Anne Will, die sowieso schon irgendwie parteiisch die ganze Sendung moderiert. Dann hast du, wer war noch dabei? Ja, Lauterbach, also das ist ja eigentlich eh schon die Höchststrafe. Dann diese Bernd, Journalistin, Wissenschaftsjournalistin, ich glaube von der Süddeutschen oder irgendwie sowas. Grauenvoll, die Frau. Und dann noch Buschmann oder so. Heißt du echt Buschmann? Ich glaube Buschmann. Keine Ahnung, ich kenne keinen einzigen von denen. Ja, Lauterbach habe ich schon gehört. Ja, von der FDP, ja, Lauterbach, ja, genau. Und wirklich, also ein Statement schlimmer als das andere. Und dann setzt die Frau sich hin und argumentiert nicht nur gut, sondern outet sich dann vor dem Hintergrund der Kimmich-Geschichte, die jetzt gerade gelaufen ist. Also die wusste genau, was auf sie zukommt und sagt, nö, ich bin auch noch nicht geimpft und ich traue dem Braten auch noch nicht so ganz. Also, und wie du schon sagst, mit einer Nonchalance und einer Souveränität und einer Gelassenheit und einer, einer, es ist Wahnsinn. Es ist wirklich Wahnsinn. Weißt du, warum ich sie so verehre? Ist vor allem, wir leben in hochemotionalen Zeiten. Ich habe den Eindruck, heute kann kein Mensch mehr irgendwas von sich geben, ohne dass er nicht dabei emotional ist, wütend, betroffen. Die Leute sind ja immer ganz schrecklich betroffen, beleidigt sowieso. Oder man ist Opfer. Du weißt ja, wie das ist, ja? Opfer. Opfer, ja. Opfer, ja. Immer bin ich das Opfer. Und weil ich Frau bin, weil ich schwul bin, weil ich, ach Gott, leck mich doch am Arsch. Ich kann das alle gar nicht mehr hören. Ehrlich. Und da ist diese Frau, die keinerlei grundsätzliche Emotionen oder übertriebene Emotionen zeigt, wenn sie solche Thematiken behandelt. Sie sagt das ruhig, sie sagt das nüchtern. Ja, das wurde ihr aber durchaus ja auch schon als Makel ausgelegt. Ja, natürlich, weil unsere Zeit heute so ist, dass das möchte, dass man Emotionen sieht. Die Leute wollen sehen, wie jemand ringt und wie jemand kämpft und wie jemand um seine Werte quasi, ja, sich einsetzt dafür. Und nicht nur, indem man nüchtern ist, sondern das muss man dann auch im Gesicht sehen. Du kennst ja diese hassverzerrten Frapfen, die man dann bei so Demos sieht. Da ist, also Wagenknecht, da ist eine Größe, die hat eine, eine Größe, die muss ich wirklich sagen, die, die wird diese Zeit überdauern. Ja. Man wird an diese Frau denken und wird sich sagen, das war vielleicht die letzte wirkliche politische Größe, die dieses Land hatte. Ja. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Also zumindest, wir sind schon mal zwei. wobei das, was ich eben meinte, war jetzt nicht so gemeint, wie du es jetzt interpretiert hast, sondern eher, dass ihr zum Vorwurf gemacht wurde, immer mal wieder. Und das kann ich sogar einigermaßen nachvollziehen, dass sie letztlich durch ihre, das ist ja auch eine Form von Distanz, die sie zeigt. Sie lässt ja einfach, sie lässt sich nicht provozieren. Sie, auch wenn ihr gesagt wird, sie rede Unsinn, sie bleibt immer irgendwie strange und cool und professionell. Aber, dass sie eben gerade mit dieser Distanz dann eben auch Teile ihrer Zielgruppe, Arbeiter, Angestellte, Frauen, Alleinerziehende, Rentner, nicht unbedingt so erreicht, weil die sie dann zu unterkühlt finden. Aber ehrlich gesagt, also das würde ich als Luxusproblem bezeichnen wollen. also ich habe seinerzeit, als ich das beim Western Verlag dieses Buch hatte, rechts gewinnt, weil links versagt, so dieses Jahr seinerzeit. Ja, ich vergesse es ja immer wieder. Ja, ja, ich auch eigentlich. Das war eigentlich ursprünglich auch nicht mein Titel. Mein Titel habe ich auch schon vergessen. So scheiße war der. Aber, aber da schreibe ich ja über Jürgen. Jürgen heißt nicht Jürgen in Wirklichkeit, aber Jürgen war ein Kollege von mir seinerzeit, der natürlich im provinziellen Bereich gewohnt hat und der hat natürlich die CDU gewählt, so wie sie es gehört. Die Wagen nicht hat er verehrt. Ah, okay. Das wäre die einzige gewesen, für die er tatsächlich die Linke wählen würde, wenn die ganzen anderen nicht dabei gewesen wären von den Behörden. Und gestern hatten wir hier Besuch, ungeimpften Abendessen. Ungeimpften? Und wir haben uns unterhalten und aber Wagenknecht. Und dann hat unser Gast das Allergleiche gesagt. Sie hat das nie so richtig beobachtet, das politische Geschehen. Jetzt mit Corona ist sie sehr politisiert worden. Aber was ihr immer sehr aufgefallen ist, aus ihrem Bekannten- und Kollegenkreis, die Wagenknecht wurde verehrt. Und zwar auch von Leuten, die durchaus auch die CDU gewählt haben. Und das ist auch ganz meine Erfahrung. Nicht nur mit Jürgen, sondern auch mit vielen anderen. Diese Frau wird wahrgenommen, auch von CDU-lern und von SPD-lern und von Grünen als eine starke, persönliche Gestalt. Die auch Know-how hat. Nicht nur die, die nicht nur Aura hat, sondern die auch Know-how hat. Und wie kann How Dare You Linkspartei, wie kann man es wagen, überhaupt nur an einem Parteiausschlussverfahren zu denken? Wie kann man es wagen, diese Frau überhaupt in Frage zu stellen? Das ist die einzige Person in dieser Partei, die überhaupt eine Chance hätte, diese Partei in Gefilde zu führen, wo man vielleicht mal mitregieren könnte. Alle anderen kannst du vergessen. Ja, gut. Aber ich meine, gut, über die Partei Die Linke sollten wir jetzt nicht sprechen, aber sie setzt sich natürlich im Wesentlichen aus Lifestyle-Linken zusammen. Das heißt, aus den Leuten, die Wagenknecht in ihrem letzten Buch ja alles andere als über den grünen Klee gelobt hat. Und für mich ist die Partei Die Linke sowieso tot. Also es gibt noch ein paar Leute irgendwie, die ganze Spitze da oben, also diese Hennig-Weselow und auch jetzt auch nach dieser Anne-Will-Sendung die Statements, die aus der Partei kamen, das ist schon nicht mehr zum Fremdschämen. Da möchte man wirklich schon mal hingehen und auf den Tisch hauen und allen in den Arsch treten und sie wirklich rausschmeißen hochkant. Also ich weiß nicht, ich bin heute so ein bisschen aggressiv, glaube ich. Ja, du bist ein bisschen aggressiv, aber ich bin ein bisschen dumm. Ich habe vorher ja gesagt, früher hatte man Helden und ich sehe gar nicht, dass man Helden haben müsste oder sowas, gibt es überhaupt nicht und dann mache ich hier eine Eloge auf Wagenknecht, passt ja eigentlich überhaupt nicht. Ja, das entbehrt nicht einer gewissen Ironie, das stimmt. Ja, das stimmt. Also ich wollte das nur erwähnt haben, weil man mir das wahrscheinlich dann im Nachhinein in den Kommentaren nachwerfen wird. Ja, mit Recht. Ja, mit Recht, aber ich habe es wahrgenommen, Leute, ich weiß das. Ja, aber es ist ja auch mal schön, ich meine, auf der anderen Seite, also wenn wir jetzt, wenn wir unsere Sendung sozusagen irgendwie gefallene Helden nennen und dann noch die Möglichkeit finden, über das Gegenteil, nämlich einer sozusagen nochmal zusätzlich aufgestiegenen Heldin zu sprechen, dann kann das ja auch Hoffnung machen. Das ist richtig. Aber von der gehen wir jetzt auch wieder weg, denn gefallene Helden war unser, ja, ich weiß, es ist hart, aber es nützt alles nichts. Also Noam Chomsky war der Ausgangspunkt und ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, also es sind letztlich so unglaublich viele, also positives Beispiel ist für mich zum Beispiel, da kann ich, oder nenne ich jetzt auch gerne mal Namen, positives Beispiel ist für mich Lisa Fitz, die hatte ich ja auch im Interview vor einer Weile. Monika Gruber. Monika Gruber und hier, ich glaube, der Marco Riemer oder so. Ja, richtig. Früher die Wochenshow im Starteins. Genau, der ist auch sehr gut und es gibt natürlich einige andere, die man auch vorher gar nicht auf dem Schirm hatte. Also Gunnar Kaiser zum Beispiel macht für mich nach wie vor wirklich sehr, sehr gute Beiträge und sehr gute Gespräche mit sehr interessanten Interviewgästen. den hatte ich vor Corona gar nicht auf dem Zettel irgendwie und Nö, nö, nö. Ich glaube, Corona hat ihm auch ein bisschen groß gemacht. Ja, ja, das hat er mir auch gesagt, ich glaube, in dem ersten Interview oder im Vorgespräch oder so. Also Corona hat schon für ihn eine deutliche Zunahme an Popularität bedeutet. Bei uns auch, das darf man nicht leugnen. Bei uns auch, ja, ja, klar. Und den schätze ich oder auch den Clemens Arwey, den hatte ich vorher auch überhaupt nicht auf dem Zettel, der sich ja auch sehr, sehr hochwertig mit dem ganzen Thema Impfung beschäftigt hat. Also das sind natürlich so, aber ich sage mal, das sind ja keine aufgestiegenen Helden, das sind Leute, die kannte ich vorher nicht und jetzt habe ich sie kennengelernt und das finde ich schön, da freue ich mich auch drüber, wenn gleich die Umstände natürlich unangenehm sind. Aber ich habe schon vorhin gesagt, so Kabarett, Kunst, auch Musiker, irgendwie bestimmte Bands, die für mich immer so, ja, so richtige Rock'n'Roller war oder waren oder Punks oder wie man sie dann auch bezeichnen möchte. Ja, aber beide Punkbands, es gibt ja nur zwei in Deutschland. Ja, es ist auch pfiffig, keine Namen nennen zu wollen und dann... Keine Namen, aber... Gut, also die Toten Hosen und die Ärzte meinst du. Die konnte ich vorher schon nicht leiden. Die Frage ist ja immer in Deutschland gewesen, Tote Hosen oder Ärzte, bei mir war immer die Antwort, nix davon. Also Campino fand ich schon merkwürdig weit vor Corona, und ja, die Ärzte, mein Gott, die heißen ja nur so, die sind sie ja gar nicht. Ja, Gott, die Rolling Stones sind auch keine rollenden Steine, also ich bitte dich. Das sind aufgefallene Helden für mich. Ich muss sagen, die hätten zum richtigen Zeitpunkt aufhören müssen. Ja, aber das, das, ja, das sind jetzt andere Gründe, würde ich mal sagen. Richtig, richtig. Ich unterstelle den Menschen gar nichts, aber es ist so ein bisschen, man muss wissen, wann man aufhört und alles hat seine Zeit. Ja gut, das könnte man Phil Collins natürlich jetzt auch unterstellen. Ja, der hat ja aufgehört, faktisch, oder? Nee, der gibt ja immer noch Konzerte im Sitzen dann irgendwie. Ja, das ist wahr. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, da ich ja nun auch selbst viele Jahre Musik gemacht habe, Herrgott, das ist doch keine Altersfrage. Wenn er noch Bock hat, Musik zu machen, und wenn die Leute zu ihm kommen, und er hat Lust, sich auf den Stuhl zu setzen und Konzerte zu geben, dann soll er das machen. Also finanziell braucht er es ganz sicherlich nicht, aber Musik ist natürlich auch eine Herzensangelegenheit. Ja, das verstehe ich ja auch. Aber es ist halt schon so, ich sehe das bei den Stones, die Musik aus den 60ern, die hat richtig Kraft, die hat sicherlich auch, auch wenn es vielleicht damals nicht so gewollt war und verklärt wird, politisches Gewicht. Alles, was danach kam, na ja, okay. Ja gut, ich weiß gar nicht, die machen die Touren ja noch, aber haben die da auch mal wieder ein neues Album rausgebracht? Das habe ich gar nicht. Ich kann mich erinnern, dass am Anfang von Corona hatten sie einen Song, der sich irgendwie mit leergefickten Städten, also Lockdown und so, beschäftigt hat. Ich habe da mal kurz reingehört und habe mir gedacht, na ja, es ist halt, es ist tatsächlich nicht meine Musik mehr. Aber ob die jetzt ein ganzes Album daraus gemacht hätten, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich glaube, da war mal was, aber es ist auch mehr oder weniger an mir vorbeigezogen. Also es stimmt schon, es hat natürlich alles seine Zeit und die Stones ganz bestimmt auf der anderen Seite. Die Beatles haben es richtig gemacht, ein bisschen auseinandergegangen, genau in dem Moment, wo es sinnvoll war. Ja, und da ist dann Es hatte nichts mit Yoko Ono zu tun. Noch einer weggestorben und so, da hast dann auch, gibt es auch kein Revival. Was ist denn mit Abba? Abba? Wollten die nicht wieder was machen? Die kommen wieder zusammen, ja, aber die treten als Avatare auf. Die schauen dann genauso aus wie damals. Ach, du spinnst doch. Nein, das ist kein Witz. Das ist kein Witz. Du kannst dir bei YouTube sogar die zwei neuen Songs anhören. Ich habe es mir angehört. Nein, das kommt nicht ans Alte hin, das ist schon klar. Aber die laufen dann als Avatare rum. Die sehen aus wie früher nur, ja, nur noch irgendwie so so computeranimiert mäßig. Also du merkst schon, dass die nicht echt sind. Okay. Und total, also das, das muss ich sagen, das finde ich befremdlich, weil wenn man jetzt eine Wiederaufführung macht, dieser Band, und dann sagt man aber, wir möchten gern so aussehen wie früher. Ach Gott, Leute, steht doch dazu, dass ihr äter worden seid. Ja, das ist doch völlig normal. Ja, gut, ich weiß jetzt nicht, was da die eigentliche Motivation dahinter ist, irgendwie, aber ich weiß nicht. Ich denke, man kann ja, mit Avatare kann man ja auftreten. Da kann man ja im Grunde ein Konzert machen. Ach so, ohne selbst dabei zu sein dann quasi. Ja gut, das ist natürlich auch praktisch. Also ich meine, da würde ich an Phil Collins Stelle vielleicht auch mal drüber nachdenken. Entschuldigung, komm, ich bezahle doch kein Geld. Also Leute wie wir kommen ja sowieso nirgends mehr rein, das ist sowieso vorbei. Aber ich würde doch kein Geld bezahlen, dafür, dass ich hier so computeranimierte Figuren sehe. Da schalte ich mir YouTube an. Da kostet es nix. Außer Werbespot, den ich mir anschauen muss. Ja, ja. Also das muss nett sein. Ne, das stimmt. Ja gut, jetzt haben wir unseren Muschblock. Ich wollte aber eigentlich hinaus, wer ist denn heute ein Held für dich? Heute ein Held? Oder bist du aus dem Alter heraus, Helden zu kennen? Na gut, wir haben über Sarah Wagenknecht gesprochen, also die hat für mich tatsächlich schon fast einen Heldenstatus. Das wird wahrscheinlich auch, das wird uns in den Kommentatoren wahrscheinlich hoffnungslos um die Ohren gehauen. Aber das ist mir ehrlich gesagt ziemlich egal. Wieso? Ja, weil sie natürlich, ach, was weiß ich nicht. Wer weiß denn, wer uns hört dann, ja, aber die Migrationspolitik und Ding, Ding, Ding und interessiert mich alles nicht. Also ja, Helden, also da kann ich tatsächlich eher nur von kurzfristigen, positiven Erscheinungen sprechen sozusagen. Und das sind dann halt so Momente, wie zum Beispiel jetzt Precht, der dann in einer Podcast-Laune mit Markus Lanz dann plötzlich Dinge sagt, die ihm hinterher ganz massiv zum Vorwurf gebracht werden. Das ist irgendwie auch immer noch für mich ein Kimmich, obwohl man bei dem natürlich dazu sagen muss, der hat ja jetzt anders als Precht, der genau wusste, davon gehe ich jedenfalls mal aus, der ziemlich genau wusste, dass er das jetzt sagt, was er sagt und was er damit möglicherweise auch bewirkt, war es bei Kimmich ja ganz anders. Also der ist ja wirklich medial reingeschubst worden und ist ja auch völlig nach diesem Fußballspiel dagegen gegen Barca, glaube ich, oder so, ist er ja von diesem Reporter dann völlig überrascht worden. Er wusste ja überhaupt gar nicht, ich glaube, irgendwann hat er dann auch noch gefragt, ja, haben Sie denn auch noch eine sportliche Frage? Ja, 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 und nichtsdestotrotz, er hat es für mein Empfinden auch danach sehr gut gemacht, ich habe danach nichts mehr von ihm gehört oder gelesen. Warum auch? Er ist Fußballer. Ja, aber gerade das finde ich, gerade das finde ich gut, weil die Verlockung oder was heißt Verlockung, das Bedürfnis, sich jetzt nach so einem Sturm der Entrüstung, der über dich herzieht, sich dann irgendwie erklären zu wollen und sagen zu wollen, Moment mal Leute, ich habe doch nur gemeint, das und so, das macht es ja sowieso alles nur noch schlimmer, aber zunächst mal kann ich diesen Impuls kann ich halt nachvollziehen und entweder hat er den nicht gehabt oder da tippe ich eher drauf, er hat halt gute Berater, die gesagt haben, pass mal auf Joshua, halt jetzt die Füße still, was auch immer du jetzt öffentlich rausposaunst, ist nicht gut, ist keine gute Idee. Also ich vermute mal, dass er da wirklich gute Berater hatte und dementsprechend, ich gehe auch davon aus, dass weder die Bundeskanzlerin noch Lauterbach, noch Brinkmann, noch Jesus Christus sich mit ihm getroffen haben, um mit ihm dann nochmal dieses Impfthema durchzuschnacken oder so. Jesus Christus war auch mal ein Held. Ja, war auch mal ein Held, genau, genau. Ja, der ist ja auch gefallen vom, nein, das ist eine andere Geschichte. Ja. Ja, Kimmich, ja, für mich tatsächlich auch positiv aufgefallen ist tatsächlich auch hier Till Schweiger, auf jeden Fall, der ja sogar in diesem Film, da ging es glaube ich hauptsächlich um die Auswirkungen auf Kinder, ich weiß jetzt nicht, wie der Film hieß, ich habe ihn auch nicht ganz gesehen, da hat er ja mitgewirkt und ja, interessanterweise Christina Schröder, CDU oder ich glaube sogar CSU, ehemalige von CDU, die ist aus Hessen. Oder so, genau, die ich auch in der Vergangenheit als Hardlinerin kennengelernt und niemals wirklich schätzen gelernt habe, aber da sieht man dann eben auch, dass, und das finde ich wichtig, auch einfach nochmal zu betonen, dass wir sprechen über eine vielleicht, oder ich bin mir sogar sicher, wir sprechen eigentlich über die größte demokratiegesellschaftliche Krise seit Kriegsende, die wir hier haben und ich glaube, das ist nicht übertrieben und in einer solchen Situation kann man natürlich sich ums Klima kümmern oder über Windräder aufregen und es gibt unglaublich viele andere Themen, auch Bildung, Rente, wenn ich jetzt schon wieder sehe, was die neue Koalition, die hat jetzt mal eben die Aktienrente einfach schon mal in Stein gemeißelt, also das stand sogar schon in den Sondierungspapieren so drin. Die Aktienrente. Ja, 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 ist ein anderes Thema. Also es gibt viele Themen, über die man sich aufregen kann, die einen beschäftigen können und häufig auch müssen, aber über all dem steht natürlich die grundsätzliche Frage nach Demokratie, nach Grundrechten, nach Freiheit, nach Meinungsäußerungen und die Leute, die ich jetzt hier genannt habe und eben auch noch ein paar andere, von denen man es nicht unbedingt für möglich gehalten hätte, die machen im Wesentlichen eines, sie sagen, hier stimmt was nicht und in diesem Punkt sind wir uns jetzt einfach mal einig, das müssen wir nicht mal miteinander absprechen oder so, es sei denn, sie treffen sich wie zum Beispiel jetzt bei Alles muss auf den Tisch oder so, aber insgesamt gibt es, auch Brandl ist auch so ein Kandidat, Norbert Hering natürlich für mich, auch ein Kämpfer, wirklich, das sind so Kandidaten, die sich insofern einig sind, hier ist die Demokratie akut in Gefahr, das ganze demokratische System, in dem wir bisher geglaubt haben zu leben, ist dabei komplett abzuschmieren und das schweißt uns und da nehme ich jetzt den Reitschuster auch nochmal mit dazu, das schweißt uns in diesem Moment zusammen und das Schöne und das finde ich, das wollte ich jetzt noch abschließend, ich halte schon wieder Monolog, aber das wollte ich jetzt nochmal sagen, abschließend, ja, ja, ich weiß, das Schöne daran ist, ach scheiße, jetzt habe ich es vergessen, warte mal, das kann doch nicht wahr sein, ähm, du bist ein Held, nein, das Schöne daran ist, genau, dass sie auch interessanterweise kein Problem mit Kontaktschuld untereinander haben, ich meine, eine Christina Schröder setzt sich mit den alles auf den Tisch Leuten zusammen und alle sagen im Prinzip das Gleiche, wir fürchten uns davor, dass die Demokratie immer weiter abgebaut wird und dieses eine Thema, das ist wirklich ein Ein-Themen-Widerstand sozusagen, das bringt sie sozusagen zusammen und das ist für mich in gewisser Form ein, ein gruppenbezogen heldenhaftes Verhalten. Ja, wobei, ich muss sagen, bei dir braucht es sehr wenig, um Held zu sein, ich meine, Christina Schröder ist, ist aufgefallen, dadurch, dass sie, ähm, sehr sinnvolle Sachen zu dieser, zu dieser Krise gesagt hat, keine Frage, ob es für eine Heldin reicht, das wage ich zu bezweifeln. Ja Gott, jetzt leg das mal nicht auf die Goldwege. Nein, mach ich auch nicht, mach ich auch nicht, aber es ist ja ohnehin so, dass man, ähm, ja immer davon ausgehen muss, dass so eine Figur, auch zu der man ein bisschen aufschaut, dass die ja absolut moralisch integer sein muss. Aber ich erinnere mich an Edward Snowden, den man ja durchaus als, als eine heldenhafte Figur darstellen kann. Man, der hat hier Dinge offenbart, der hat sein ganzes Leben sozusagen danach ausgerichtet, ähm, darf nach wie vor nicht nach Amerika einreisen, das wäre, ja, sein Tod, möchte ich fast sagen. Vermutlich, ja. Ja, ähm, trotz allem, ähm, man weiß aber, wie er zu gewissen Dingen steht als Amerikaner, also das war, wurde damals, äh, thematisiert, also er ist zum Beispiel absoluter Befürworter der Waffenlobby, ähm, er hat Riesenprobleme damit, dass ein Staat, äh, ein Sozialstaat ist, so wie bei uns, also das hält er für absolut verwerflich, ja. Ah, okay, wusste ich ja, das wusste ich nicht. Ja, das wurde relativ früh schon kolportiert und so, ähm, das glaube ich auch alles, ähm, das ändert nichts daran, dass er etwas sehr Wichtiges geleistet hat, auch wenn ich nicht in allen Punkten mit ihm konform gehen könnte, ähm, ähm, insofern, was ist ein Held, also Jesus, ja, war mal ein Held für viele, weiß nicht, ob er das war, ähm, der wird ja auch seine Leichen im Keller gehabt haben, und, ähm, naja, also, ich weiß nicht, aus dem, aus dem Heldenalter bin ich eigentlich raus, äh, mach ich nicht, ja, ich war gerade gedanklich kurz woanders, bis du dann sagtest, er wird ja auch seine Leichen im Keller gehabt haben, ne, ich hatte gerade überlegt, in bestimmten Zeiten wäre er wahrscheinlich, äh, ein Bösewicht gewesen, weil er ja nicht mal verheiratet war, aber, ähm, nein, das ist, schwul, äh, jetzt, jetzt mal vorsichtig, also, wenn wir uns jetzt auch noch die Kirche, also, dann können wir irgendwann wirklich dicht machen. Ich hab gesagt, vielleicht, ja, vielleicht, vielleicht, de la Puente hat, äh, hat gesagt, äh, Jesus war schwul, so schnell geht das, das wirst du gar nicht. nicht gesagt. Ja, das ist doch scheißegal, ob du das gesagt hast oder nicht. Wenn das behauptet wird, dann ist das so, dann bist du in der Beweispflicht. Du bist dann der Hotelmitarbeiter, so ist das halt. Ja, ich wollte sagen. Du musst beweisen, dass du das nicht gesagt hast. Gil Oferim ist natürlich auch noch ein Held für mich. Ja, Marketingheld, ne, ja. Ja, aber wir haben ja, wir haben ja, wir haben ja Pflegehelden. Also, und ich, ach so, ich mach das ja nach wie vor, immer, immer donnerstagsabends stehe ich hier am Fenster und applaudiere. Ja, die Nachbarn halten mich ja für einen Idioten, aber ich applaudiere für die Pflegekräfte. Ich mach das auch. Ja. Aber heute und gestern zum Beispiel war es mir zu kalt, da hab ich dann das Fenster zugelassen und von innen geklatscht. Ja, aber das ist natürlich Zeiten scherlender Solidarität, gell? Ne, ich hab's ja gemacht an sich. Ach so. Ach so. na, jetzt mal nicht komisch werden hier. Ja, und, ja, und wir haben ja auch Lieferhelden, das gab's ja auch. Werbespots, Lieferhelden, ja. Ja, ich glaube, es gibt auch, Suchhelden gibt's auch, das ist so eine Suchmaschinenoptimierungsagentur, Suchhelden. Ja, Held ist natürlich, das ist natürlich ein großes Wort, das im Grunde genommen in viel kleinerem Maßstab dann auch verwendet wird. Von daher, wie gesagt, das mit den Helden, aber nochmal kurz zurück zu Snowden, das finde ich schon ganz interessant, weil das ist für mich auch so ein schönes Beispiel, also dass er jetzt zum Beispiel Freund der Waffenlobby ist oder Sozialsysteme kategorisch ablehnt, so wie du das gesagt hast, das wusste ich nicht. Es ist mir aber auch tatsächlich im Zusammenhang mit der Thematik, für die er sich primär eingesetzt hat und in deren Zusammenhang er ja auch wahnsinnig viel aufgedeckt hat, ist mir das dann egal, weil der Punkt ist ja tatsächlich, und da sind wir ja eigentlich schon wieder beim Wokeness, kann ich nur jemanden akzeptieren, wenn er wirklich jede, jeden meiner Standpunkte eins zu eins wiedergibt oder vertritt, das ist ja das Problem. Und ich meine, das wäre doch Wahnsinn, das geht doch gar nicht. Ja, also ein bisschen ein Held für mich, und das ist überhaupt gar keine Figur, die man jetzt im politischen Betrieb kennt, ist Ricky Chervais. Ich weiß nicht, ob du den kennst, diesen Komiker aus, ich bin gerade am überlegen, der ist Brite, glaube ich. Ja, er ist Brite, der redet ja auch britisch. Ach, er hat ja nicht zusammen mit dem anderen auch so Woke-Geschichten gemacht? Ja, aber der hält davon nichts. Der hat neulich mal gesagt, er freut sich schon auf die Zeit, wenn die nächste Generation kommt und die heutigen Woken sind, ist der nächsten Generation nicht mehr Woke genug. Ah, ja, ja, ja. Der hat doch auch diese Serie gemacht, Afterlife, ne? Afterlife, eine schön philosophisch angehauchte Serie, in der er wirklich sehr intensiv spielt. Und den nehme ich ab, dass der mit unserem Zeitgeist, den wir heute haben, mit Wokeness, auch mit dieser Mediokratie-Fremdel, dass er davon überhaupt nichts hält. Der hat ja auch schon so, hat der mir die Golden Globe-Verleihung mal gemacht, als Host. Ich glaube, das war die Golden Globe-Verleihung. Und der ist da bitterböse und der mag diesen ganzen Betrieb eigentlich gar nicht. Und das merkt man ihm an. Und der kann wunderbar zynisch darauf reagieren. Und das ist für mich, ja, der hat keine politische Macht, aber so umzugehen mit diesen ganzen Themen, das hat ein bisschen was Heldenhaftes. Ja, ich hatte das Zitat von ihm gesehen, das hattest du getwittert, glaube ich. Ja, ja, genau. Und ich fand übrigens, abgesehen davon, dass er ja offensichtlich ein interessanter Kerl ist, fand ich das tatsächlich sehr bemerkenswert, dieser Satz, den er da gesagt hat, im Sinne von, eigentlich, er hat ja im Prinzip auch impliziert, dass eigentlich die jetzt nachwachsende Generation schon die ist, die dann die jetzt aktuell dominierende Generation irgendwann unter die Fußmatte wischen wird, sozusagen. Weil die dann schon nicht mehr woke genug sind und irgendwann ist es dann so woke, dass du gar nichts mehr sagen kannst. Naja, er spielt natürlich damit und er macht da sein Witzchen damit. Vielleicht ist es aber auch ganz anders und die nächste Generation sagt, wir haben die Faxen dicke von euch Idioten und dann entwickelt sich das wieder so ein bisschen nach zurück. Ja, das wäre schön. Das wäre schön. Also ich sehe es im Moment nicht, aber schön wäre es, ja. Naja gut, die Generation, die kommt, sind ja auch nur Kinder. Ja. Ja, Maskentragende Kinder, also. Ja, das stimmt wohl. Aber auch das wird man hoffentlich, also das werden die auch nicht ewig mit sich machen lassen. Das ist, ja, das ist die Frage. Also ich meine, du musst dir das mal vorstellen. Es sind in den letzten anderthalb Jahren Kinder zur Welt gekommen, die seitdem mehr oder weniger fast nur Menschen mit Masken gesehen haben. Ja, das ist schon klar. Das ist mir schon klar. Und die Kinderpsychiatrien und Therapieeinrichtungen und Therapeuten sind hoffnungslos ausgebucht. Ich glaube, irgendjemand aus dem therapeutischen Bereich hatte sogar schon von so einer Art Triage gesprochen. So nach dem Motto, also wenn du nicht mindestens suizidgefährdet bist, dann müssen wir dich leider jetzt erstmal in die Schlange nach hinten stellen. Und das sind für mich Traumata. Da lege ich mich auch fest. Ich habe ja nun auch als Erzieher einen gewissen, ich bin jetzt kein absoluter Experte, aber habe einen gewissen pädagogischen Hintergrund. Und ich lege mich fest, dass wir es hier mit Traumata in hunderttausendfacher, vielleicht sogar millionenfacher Zahl zu tun haben. und jedes dieser Kinder, es gibt ja auch heute welche, die sind schon resilienter und kriegen das gut hin, haben ein gutes Umfeld, leben in geschützten, familiären Verhältnissen auf und so weiter. Die haben es natürlich leichter. Aber all die anderen, die wirklich definitiv traumatisiert sind, jedes einzelne von diesen Kindern, dass es schafft, sich da wieder rauszuarbeiten und rauszuquälen, auch natürlich mit Hilfe, ohne wird das nicht gehen, ist für mich ein wirklicher Held. Denn die Traumata, die unsere politische Führung bei einer kompletten Generation angerichtet und ausgelöst hat, die werden sich in der Summe überhaupt gar nicht heilen lassen. Also ich gehe davon aus, es wird weiterhin, es wird Kinder geben, die älter werden, die weiterhin unter Zwangshandlungen leiden, die womöglich panische Ängste haben, Albträume haben, Kontaktschwierigkeiten haben etc. Und das werden bleibende Symptome und Phänomene sein. Und wie gesagt, jedes Kind, das sich da rauskriegt, ist für mich ein Held. Aber das Salonpunk des Spiegel-Logo schreibt heute singgemäß, dass er es schrecklich findet, dass die Maskenpflicht in Nordrhein-Westfalen für die Kinder in den Schulen wegfällt. Das sei quasi, also das sei eine Art des Regierens, das nennt er Falschismus, weil das falsch ist. Man würde auf Gefühlslage regieren und das ist nicht richtig in dem Moment, aber natürlich ist es auch nicht ganz falsch, nach Gefühl zu regieren, bei so Sachen wie Fukushima und so, fand das richtig. Also anders gesagt, nach Gefühlslage zu regieren, ist immer dann gut, wenn Sascha Lobo findet, dass es gut ist. Ja, aber viel interessanter. Dafür kassiert der Honorar. Ja, ja, und üppig sicherlich. Mit Sicherheit. Ja, ja. Die für mich viel entscheidendere Frage ist allerdings, warum er der Meinung ist, dass das falsch sei. Und ich lasse mich mal tippen, ich habe den Text, ach, begründet er das tatsächlich? Ein bisschen. Ich muss sagen, ich habe das aber überflogen dann. Also ich habe es irgendwann dann immer gelesen, dass es Lobo zu lesen ist auch so, also ehrlich, da gehe ich lieber zum Scheißen. Weil, also ich kann, ich kann keine Begründung finden, die Sinn ergeben würde. Nein, gibt es ja auch nicht. Die Kinder sind definitiv die am wenigsten betroffene Gruppe. Eben. Und selbst wenn sie sich gegenseitig anstecken, sind ihre Immunsysteme in der Regel so stabil, dass sie das gut wegstecken, beziehungsweise schwere, doch, ja klar, wenn sie erst mal geimpft sind, dann ist Schluss damit. Und dementsprechend hätte ich jetzt wirklich gerne gewusst, warum das denn jetzt falsch ist. Also so richtig Fakten. Das ist falsch, weil die Kinder alle krank werden. Hör doch auf, Lobo hat gesagt, das ist falsch. Hör auf. Ja, Lobo, Lobo, das ist das Schöne. Der war für mich noch nie ein Held. Also der konnte auch nicht, der konnte auch nicht fallen. Der hält nicht, was er verspricht. Der hält nicht, was er verspricht. Genau. Hat er noch nie. Genau. Ja. Aber er hat auch nicht, und er hat nicht mal die Haare schön, das muss man auch sagen. Ja, gutes Geschmackssache, aber ich bin, ja, okay. Also ich bin, sagen wir mal raus aus dem Alter, also, ja. Ja. Also das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe, dachte ich auch, Mensch Sascha, kannst du dir nicht irgendwie mal eine Frisur zulegen? Aber gut, weiße alte Männer, also, und er ist ja jung, obwohl er ist wahrscheinlich nicht fast so alt wie ich, ne? Er ist ja älter als ich auf jeden Fall, und, ja, aber er ist ja ewig jung geblieben. Ja, ja. Und er weiß natürlich auch, wie die jungen, woken Leute ticken, da sind wir raus, da haben wir nicht so viel Ahnung von. Wir können immer bloß im Kopf schütteln und verstehen die Welt nicht mehr. Ja, ja, ja. Ja, gut, okay. Ja, was haben wir festgestellt? Wir haben festgestellt, dass es, wir haben jetzt gar nicht darüber gesprochen, wie es dir damit geht, aber du hast, glaube ich, auch, ja, du hast wahrscheinlich auch einen neuen Blick auf einige Leute, Ja, definitiv. die du früher, sagen wir mal, geschätzt hast. Wir können ja mal von diesem Heldenbegriff nochmal kurz weggehen irgendwie. Ja, definitiv habe ich das. Also es gibt ganz viele, die ich nicht mehr gucken möchte, nicht mehr sehen möchte. Ich habe ja auch in meinem eigenen Umfeld Leute nicht mehr da. Ja, aber das ist okay. Ich habe aber dafür andere. Das ist vielleicht auch mal ganz gut, so ein Austausch der ewig gleichen Gesichter. Ja, darauf wollte ich auch gerade tatsächlich hinaus. Also zum einen ist es natürlich wirklich schön, wenn man dann von sich sagen kann, Mensch, ich habe jetzt aber andere Leute kennengelernt. Ich hatte zum Beispiel den, das ist jetzt eher journalistisches, journalistisches als berufliches, Quatsch, privates Umfeld. Aber ich hatte ja ein Interview mit dem Walter van Rossum geführt, das ich ja dann leider nicht senden konnte, weil es da technische Schwierigkeiten gab und er war auch super erkältet und das war alles irgendwie nicht so richtig ausstrahlungswürdig. Aber es war ein tolles Gespräch. Wir haben uns über eine Stunde unterhalten über dieses Buch, meine Pandemie mit Dr. Drosten. und da dachte ich auch, also den werde ich auch demnächst mal wieder irgendwie anfunken und weil er sagte auch irgendwie, ja, also wenn die Pandemie mir was gezeigt hat, dann, dass es eine ganze Menge Leute gibt, die ich noch nicht kannte und die ich jetzt kennengelernt habe. Und das fand ich ein sehr schönes Statement und ja, kann ich total mitgehen, finde ich auch auf jeden Fall. Ja, das ist so. Und ich habe darüber hinaus dann eben auch und das ist natürlich auch durchaus ein Lerneffekt, eine Lernkurve, bei doch einigen, die mich jetzt so von den mehr oder weniger prominenten Leuten enttäuscht haben, bin ich wirklich zum Schluss gekommen, okay, also ob du wirklich ein kritischer Geist bist und den Arsch in der Hose hast, das auch zu sagen, auch gegen Widerstände, das zeigt sich wirklich erst in der Krise. Und vor der Krise, weißt du, wenn sowieso alle mehr oder weniger in ihren Kuschel- und Komfortzonen sind und sich dann gegen gutes Honorar vielleicht oder auch nicht, aber mehr oder weniger problemlos, sozial oder gesellschaftskritisch äußern können und gegen Demokratieabbau sind und dagegen, dass irgendwelche Leute inhaftiert werden oder so, das ist ja alles sehr schön, aber wenn sie das dann plötzlich nicht mehr tun, wenn das womöglich auch negative Folgen haben könnte, dann, ja, wie gesagt, das ist eine Lernkurve. Also ich muss sagen, in der Zeit, ich habe die Öffentlich-Rechtlichen ja vorher schon jetzt sonderlich geschätzt, aus Gründen, das hat sich jetzt so radikalisiert in dieser Zeit, die schätze ich null. Und ich muss auch sagen, wenn ich jemanden sehe, der in den Öffentlich-Rechtlichen, also da gibt es ein paar Gesichter, ganz schlimm finde ich diesen, wie heißt denn dieser Doktor? Dieser. Doktor? Ja, Hirschhausen. Ach, ach, Hirschhausen. Grauenhaft, grauenhaft, wirklich. Wenn das der letzte Mensch auf der Welt wäre, würde ich mir das Leben nehmen. Ja, den und Harry Lesch in einen Sack draufhauen und triffst immer den richtigen. Ich bin schon wieder so aggressiv. Ja, ach, lass es gut sein. Du, es ist Weltmännertag. Lass uns doch noch irgendwas Männliches heute machen. Was Männliches? Was Männliches? Wie jetzt so am Mikro oder was? Ich weiß nicht. Nein, nein, du bei dir und ich bei mir. Ach so, ja, ja. Ja, okay, gut. Dann machen wir Schluss jetzt. So männlich will ich jetzt nicht mit dir werden. Nein, das ist ja platonisch alles. Ja, ja, ja. Ja, gut. Genau. Ach so, haben wir noch irgendwas in eigener Sache? Beim letzten Mal haben wir angefangen in eigener Sache so ein bisschen. Aber haben wir, glaube ich, das doch. Ja, doch, wir haben einen Telegram-Kanal. Wie der lautet, das wüsste ich mal. Ja, Roberto, das ist Telegram. Genau, Telegram. Ja, der heißt t.me, also M-E. Ja, so heißen die alle doch, oder nicht? Ach so, okay, wusste ich nicht. Neulandrebellion nennt sich das da. Rebellion? Waren Neulandrebellen schon besetzt, oder was? Ach, weiß ich nicht so genau. Neulandrebellion heißt es. Ich weiß nicht, warum. Neulandrebellion. Ja. Der ist noch ein bisschen klein und ist auch, also ich versuche regelmäßig was zu bringen, aber mir fehlt die Zeit. Aber wenn natürlich mehr Leute da sind, dann hätte ich auch mehr Motivation. Okay, gut, also besucht unseren Telegram-Kanal t.me slash Neulandrebellion, glaube ich, so. Ja. Und da findet ihr uns und genau, da wachsen und gedeihen wir. Genau, ich habe noch einen anderen Punkt und zwar, wir sind faule Säcke. Nee, beziehungsweise, nee, wir sind eigentlich total fleißig, was wiederum dazu führt, dass wir relativ selten Livestreams gemacht haben. Ja, das sollten wir wieder einen machen. Wir machen auf jeden Fall, dieses Jahr machen wir auf jeden Fall noch einen. Und jetzt nicht am 23.12., sondern deutlich vorher. Angeregt war beim letzten Mal, dass wir vielleicht mal über das bedingungslose Grundeinkommen sprechen. Ich finde die Idee eigentlich gar nicht schlecht, weil ein Livestream, in dem man einfach ein bisschen quatscht, ist natürlich schön. Haben wir jetzt ja auch zweimal gemacht. Aber vielleicht mal direkt ein Thema zu haben und es schließt ja auch nicht aus, dass man einfach darüber hinaus ein bisschen quatscht. Also wahrscheinlich wird der nächste Livestream von uns sich um das Thema bedingungsloses Grundeinkommen drehen. Und in dem Zusammenhang Livestream, ich habe oder wir haben eine Lesermail bekommen. Wir sollten doch mal versuchen, bei Twitch zu streamen. Das sei wohl eine ziemlich gute Sache und würde wohl auch eine Menge Reichweite und Diskussionen und so weiter zur Folge haben. Ich denke tatsächlich schon ein bisschen länger darüber nach, habe mich aber mit Twitch tatsächlich bisher noch gar nicht beschäftigt. Du weißt, ich begebe mich da in deine Hände, weil ich davon keine Ahnung habe. Ja genau, dafür machst du ja dann auch Telegram. Also von daher, wir sind da ja gut auf. Twitter. Und Twitter natürlich. Übrigens darf man uns auch bei Twitter folgen. Ja genau, bei Twitter heißen wir Neuland Rebellen übrigens. Richtig. Und Steady gibt es auch noch. Da kann man uns nicht richtig folgen, aber man kann uns bezahlen. Da kann man uns richtig, genau. Man kann uns bei Steady regelmäßig unterstützen, ja. Das darf man auch machen. Da sagen wir auch nicht nein. Und wir machen das alles hier nicht wegen dem Geld, aber wir sagen trotzdem danke. Ja, wir machen es auch nicht gegen, also nicht dagegen. Nein, 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 nein. Wir können es brauchen. Bestimmt. Genau. Darüber hinaus gibt es natürlich nach wie vor die Möglichkeit, uns ganz normal via Überweisung Geld zu spenden, wenn man zum Beispiel nur einmalig was loswerden möchte. oder auch über Paypal, das geht auch. Das findet sich alles relativ weit unten auf unserer Startseite neulandrebellen.de, www.neulandrebellen.de. Da findet man im unteren Bereich die Möglichkeiten, wie man uns Geld zukommen lassen kann. Und ich wiederhole das immer wieder gerne, auch wenn ich das bei Twitter schreibe. Es soll nur geben, wer kann. Wer nicht kann, soll es bitte bleiben lassen. Ja, genau. Ganz wichtig. Also, wenn jetzt jemand sagt, ich habe aber nur ein oder zwei Euro, aber die möchte ich symbolisch. Okay, wunderbar, schön, schön. Aber wenn auch die ein oder zwei Euro im Grunde genommen lieber dort bleiben sollen, wo sie jetzt sind, bei ihrem Besitzer, dann bleiben sie einfach da. An der Stelle möchten wir uns sowieso nochmal bei allen bedanken, die uns entweder regelmäßig oder wiederkehrend oder eben einmalig bisher unterstützt haben und auch weiterhin noch unterstützen. Wir erleben da immer wieder kleine, wunderschöne Überraschungen. Gerade bei Überweisungen können wir dann nicht mal Dankes-Mails schreiben. Bei Paypal geht das ja noch, aber bei Überweisungen. Also, wer auch immer uns Gelder überwiesen hat auf dem normalen Bankweg, herzlichen Dank an dieser Stelle. Vielen Dank. Ja, genau. Dann, genau, noch eine kurze Ankündigung. Habe ich beim letzten Mal schon gemacht, aber es ist ja schon ein bisschen her. Das ist irgendwie wie beim Gottesdienst. Am Schluss sagt der Pfarrer dann auch immer so organisatorische Sachen. Ein bisschen erinnert mich das gerade dran. Ja, aber es ist ja schon ganz gut. Im Übrigen können wir an dieser Stelle auch gerne in Zukunft, wenn ihr das gerne wollt, speziell Podcast-Fragen beantworten. Die könnt ihr uns also gerne stellen, per Mail am besten. Unter diesem Podcast, damit wir im nächsten Podcast davon, also können wir dann lesen, was ihr da für Fragen stellt und am Ende beantworten wir die. Ja, möglichst nicht in die Kommentare, sondern tatsächlich lieber als Mail, denn in den Kommentaren kann es dann doch passieren, dass wir dann mal was übersehen, es verschwindet oder so. Wir können eh nicht alle Fragen beantworten. Mail wäre schon besser. Genau, und abschließend noch, noch einmal in Erinnerung gerufen, am 8. November 2021 bin ich mit Gunnar Kaiser zum Thema Transhumanismus verabredet und einige Tage später wird dann auch publiziert. Das nur für diejenigen, die dieses Gespräch herbeisehen und sich darauf schon freuen, ist bald soweit. Ich kann mir das bildlich vorstellen, wie sich da die Voke-Gemeinde schon versammelt, weil sie sich freut, dass ihr beide über Transsexualität redet und dann kommt da was ganz anderes. Übrigens, das noch, aber dann ist wirklich Schluss. Es gibt noch eine Home-Story von uns dieses im nächsten Jahr, Anfang nächsten Jahres. Ja, genau. Und das hat auch einen Grund, weil wir nämlich Jubiläum haben. Schon wieder Jubiläum haben. Heute ist mein Weltmännertag und dann haben wir wieder, also wir feiern die ganze Zeit, Fünfjähriges tatsächlich. Ja, Anfang des Jahres haben wir das, glaube ich, datiert, ne? Genau. Genau. Fünf Jahre. 2017 im Januar ging's los. Genau. Fünf. Ja. Es sind ja nur vier, ne? Ach nee, 22, ja klar, fünf. Ja, ja, genau. Ja, ihr seht auch, was so Sachen betrifft wie Rechnen und so, das mache ich meistens. Ja, ich weiß auch nicht mehr so genau, wie alt ich bin. Also ich werde auch zu selten gefragt und wenn ich dann gefragt werde, bin ich mal ganz überrascht. Ähm, aber ich, ich schaue nochmal nach, ja. Das kommt vor. Genau, also fünf Jahre Neuland-Rebellen, das ist schon wirklich eine kleine Feier wert und die Home-Story bereiten wir jetzt schon vor, damit die dann Anfang des Jahres 2022 dann in eure Wohnzimmer flattern kann. Weiß gar nicht, ob wir das als Audio oder Video machen. Müssen wir mal sehen. Weiß ich auch nicht, aber wir werden gucken. Könnt ihr euch auch gerne äußern, vielleicht ist euch das ja egal und ihr sagt, nee, Audio passt schon oder ihr wollt uns auch gerne sehen dabei. Es wird jedenfalls auch eine Menge Papier dabei sein und von daher, wie gesagt, äußert euch mal. Wir sind gespannt. Ja, das soll es gewesen sein. Ja, bitteschön. Roberto, mein Held. Ja, Tom. Ja, ich wusste, dass das kommt. Ja, ebenso. Ja, genau, genau. Viel Spaß noch beim Weltmännertag. Definitiv, ja. Ja, genau. Lass ihn dir nicht versauen. Nein, nein, nein. Den werde ich jetzt zelebrieren. Ja. Nach allen Regeln der Kunst. Ja. Ja, vielleicht kriege ich auch noch eine Schultermassage oder sowas. Ist ja heute mein Ehrentag, ne? Ja, das wäre schon eigentlich... Eigentlich angebracht. Ja. Ja. Ja, das checke ich jetzt auch mal ab. Das wäre ja das. Check mal ab. Ja, genau. In diesem Sinne, einen schönen Abend. Tschüss nach da draußen. Bis bald. Tschüss. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020